Das ist er, der Lunatone WDALI Funktaster Switch Cross, mit dem Sie DALI-fähige Leuchten drahtlos steuern können. Und damit herzlich willkommen bei Watt24, Ihrem Online-Shop für professionelles Licht. Schön, dass Sie da sind. Was Sie mit diesem Taster alles machen können und wie einfach es ist, Ihr bereits bestehendes DALI-System damit nachzurüsten, das sehen Sie jetzt. Mit diesem Lichtmanagement-System-Set, bestehend aus dem Lunatone Funktaster Switch Cross und dem Lunatone Transceiver, können Sie also DALI-Komponenten drahtlos von überall aus dem Raum her bequem ansteuern. Vielleicht ist das hier vom Schreibtisch aus ein wenig arg dekadent. Aber denken Sie zum Beispiel an Werks- und Lagerhallen, Werkstätten, Foyers oder Konferenzräume. Da ist so ein Funktaster natürlich eine feine Sache. Denn Sie können damit von jedem beliebigen Ort aus bequem Ihre DALI-fähigen Leuchten steuern und müssen dafür nur eine kleine Zusatzkomponente einbauen. Der Taster selbst braucht keine Leitung, da er drahtlos ist. Das Set eignet sich natürlich für die Nachrüstung Ihrer bestehenden DALI-Systeme ebenso wie bei einer kompletten Neuinstallation. In beiden Fällen ist das Installieren spielend einfach. Der Transceiver muss zur Inbetriebnahme lediglich an den DALI-Bus angeschlossen werden. Der Taster sendet dann ein Signal an den W-DALI-Transceiver. Der gibt das Signal dann über den DALI-Bus an alle der Gruppe zugehörigen Leuchten weiter. Aber schauen wir uns das Lichtmanagement-Set noch etwas genauer an. Der Funktaster hat vier Tasten. Voreingestellt sind die Funktionen Ein- und Aus- sowie Hoch- und Runterdimmen der Leuchten. Natürlich sind die vier Tasten auch komplett frei konfigurierbar. Hierfür brauchen Sie allerdings den optionalen Lunatone DALI-USB-Adapter mit der kostenlosen Lunatone DALI-Cockpit-Software. Damit können Sie dann jeder Taste bis zu vier Szenen mit individuellen Funktionen zuweisen. Dabei kann für jede Taste auch ein individuelles Schaltverhalten eingestellt werden. Auch über langen oder kurzen Tastendruck. Außerdem können Sie mit dieser komplexe Schaltinstallationen wie zum Beispiel Wechselschaltungen in Treppenhäusern oder Mehrraumschaltungen einfacher realisieren. Den DALI-USB-Adapter finden Sie bei uns im Shop. Alternativ gibt es übrigens noch die DALI-Funkfernbedienung, welche sogar zwölf frei belegbare Tasten hat. Für die Konfiguration aller zwölf Tasten brauchen Sie allerdings auch hier den optionalen DALI-USB-Adapter. Nun noch ein paar technische Daten. Der Taster ist IP20 geschützt und wird mit Batterie betrieben. Die Lebensdauer der Batterie wird mit sechs Jahren angegeben. Gesendet wird vom Taster ein 2,4 GHz Funksignal. Und er hat einen Temperaturbereich von minus 10 bis plus 50 Grad Celsius. Der Taster ist in weiß oder schwarz erhältlich. Und nun zum Transceiver. Der Transceiver ist ebenfalls IP20 geschützt. Seine Stromaufnahme beträgt 3,8 mA. Und der Transceiver wird über die DALI-Leitung mit Strom versorgt. Es können zudem mehrere Transceiver am selben DALI-Kreis verwendet werden. Lunatone gibt an, dass das Signal des Tasters auf freiem Feld in einem Umkreis von bis zu 300 m vom Transceiver empfangen werden kann. Der Transceiver und der Taster werden bereits gekoppelt geliefert. Ein Anlernen der beiden Komponenten entfällt also. Weitere Taster und Fernbedienungen können zusätzlich gepaart werden. Und er hat ebenfalls einen Temperaturbereich von minus 10 bis plus 50 Grad Celsius. Mit diesem Lichtmanagement-Systemset können Sie also die Steuerung Ihres DALI-Systems deutlich bequemer machen. Besonders schön neben der einfachen Installation ist dabei vor allem die Möglichkeit, die vier Tasten des Tasters frei konfigurieren zu können. Und sollten Sie nur noch weitere Fragen zu diesem WDALI-Lichtmanagement-System oder ganz allgemeine Fragen rund um das Thema professionelles Licht haben, so können Sie sich natürlich jederzeit gerne per Telefon, Chat oder Videocall an uns wenden. Und um nichts mehr zu verpassen, abonnieren Sie am besten jetzt gleich kostenlos unseren YouTube-Kanal. Denn wir von Watt24 lassen Sie nicht im Dunkeln stehen.